Musik Ich bin Selina, bin 21 Jahre alt und werde zur Mechatronikerin ausgebildet. Musik Ich bin zur Zeit im zweiten Ausbildungsjahr und meine Ausbildung dauert insgesamt dreieinhalb Jahre. Musik In meiner Ausbildung arbeite ich viel an Modellen. Musik Ich erlerne elektrische Bauteile zu installieren, aber auch zu programmieren, arbeite aber auch mit pneumatischen Systemen. Musik Mein größter Erfolg war es, eine komplexe Schutzschaltung selbst zu planen, zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Musik Trotz 5000 Mitarbeiter habe ich mich hier sofort wohlgefühlt und man kommt hier sehr schnell ins Gespräch. Musik Ich wünsche mir nach meiner Ausbildung übernommen zu werden. Sollte es nicht so sein, fühle ich mich für meine Zukunft sehr gut gewappnet. Musik Musik Ich wünsche mir nach meiner Ausbildung übernommen zu werden. Ich wünsche mir nach meiner Ausbildung übernommen zu werden. Musik Ich wünsche mir nach meiner Ausbildung übernommen zu werden. Musik